Die Schule verlangt Konzentration und Leistungsfähigkeit. Der richtige Snack kann dem Gehirn verlorene Energien zurückgeben. Produkte wie zum Beispiel Nüsse, Obst und Gemüse und Vollkornprodukte sind einfach Kraftfutter für unser Gehirn. Schon wenige Stücke dieser Kraftnahrung können die Stimmung verbessern und das Gehirn für die nächste Schulstunde wieder munter machen. Power für die grauen Zellen bringt auch ein Nussaufstrich fürs Pausenbrot. Die gehackten Nüsse werden mit Creme, Joghurt, Sauerrahmen und Topfen vermengt. Dazu ein Schuss Zitrone. Serviert wird natürlich auf Vollkornbrot.